Die Gemeinde ist die Keimzelle jedes staatlichen Lebens, hat Konrad Adenauer mal gesagt. Hier will ich mitwirken. Ich habe am Seminar teilgenommen, um mich auf ein kommunalpolitisches Mandat vorzubereiten, weil ich Kandidat bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg im nächsten Jahr bin. Ich kann es kaum verstehen, wenn Leute sagen, ich engagiere mich nicht politisch, weil ich finde, alles ist irgendwie Politik. Gerade bei dem Seminar hat man es jetzt auch noch mal gesehen, dass Kommunalpolitik einen ja wirklich in ganz kleinen Dingen schon betreffen kann, ob das Schwimmbad jetzt geschlossen wird oder nicht. Nach dem Studium habe ich geschaut, wo kann man jetzt möglichst schnell rückwanderer werden. muss der unbedingt zur Kommunalwahl 1999 fertig werden. Gerade hier bei diesem Seminar habe ich mitbekommen, dass es sehr, sehr viele Unterschiede gibt, wenn man sich Kommunalpolitik bundesweit anschaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und dann geht es um die ZDF für funk, 2017 und dann geht es um die ZDF für funk, 2017 und dann geht es um die ZDF für funk, 2017 und dann geht es um die ZDF für funk, 2017 und dann geht es um die ZDF für funk, 2017 und dann geht es um die ZDF für funk, 2017 und dann geht es um die ZDF für funk, 2017 und dann geht es um die ZDF für funk, 2017 und dann geht es um die ZDF für funk, 2017 und dann geht es um die ZDF für funk, 2017 und dann geht es um die ZDF für funk, 2017 und dann geht es um die ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.